Die Silfretter Arena Anno Domini 2019 Das friedlichste Kolosseum seit es Gladiatoren, ein Wintersportler, gibt. Adi, ich bin Toismus Cäsar Andreas Stabilus. Der Herbst muss wissen, wann er besiegt ist. Ich bin Pistenzenturio Serafinus, Erlöser der Pisten. Gemeinsam geben wir dem skifahrenden Volk die größte Vorstellung seines Lebens. Lasst die Winterspiele beginnen. Die Silfretter Arena ist eröffnet.